20% Lommemode Day 1 42 Bei mir ist 55 Hä? What the fuck? Du, was jetzt? Ich bin nicht auf Reset gekommen! Bro! Wo warst du? Einfach nur weil es halt so crazy ist das dann zu können What the fuck? Warum hat mein Spiel jetzt nochmal resettet? Oh! Mein Full Mute Button ist STRG ALT Mein Autodeven Button ist STRG ALT Mein Reset Button ist STRG Nein Wie viel hast du? 58 5 4 5 5 5 5 6 8 8 10 10 8 8 10 10 10 5 10 10 10 11 11 12 12 12 12 13 13 14 Ja! Ja! Ich bin wieder so gekommen. Bitte sag mir, dass du gerade zurückgekommen bist. Ich bin jetzt gerade zurückgekommen. 72. Ich habe doch gesagt Lolli-Schuhe, Alter. Ohne Scheiß, in dem Moment, wo du weggegangen bist, habe ich so gesagt, okay, ich gehe in der Unboard. Jetzt, jetzt die Gelegenheit. Und als ob ich jetzt halt wirklich nach 5 Minuten 72 mache. Wohin? Ich glaube auch, ich kann mir gut vorstellen, dass Hausaufgaben einfach abgeschafft werden oder sowas in der Zukunft. Weil wenn das dann alles, wenn das alles hat dann mit den Maschinenläufen und sowas, kann ja auch keiner kontrollieren, ob das mit Chat-GPT ist oder nicht. Ich glaube nicht, dass Hausaufgaben abgeschafft werden. Hausaufgaben erfüllen eigentlich den Grund, dass du Gelerntes wiederholst. Und sind in den Grundzügen nicht dafür da, dass sie kontrolliert werden, damit die Schüler dann halt Konsequenzen erfahren, wenn sie es nicht machen. Die Konsequenzen sind, dass sie es einfach nicht wiederholt haben für sich. Das heißt, wenn wir zu den Grundzügen davon zurückkehren, werden sie erhalten bleiben. Man muss halt von diesem Konzept weg, dass, wenn man Hausaufgaben nicht macht, dass man dann noch eine Bestrafung kriegt. Weil so kann es lange nicht bestehen. Oh mein Gott! Oh! Was? Woher? Oh! Ich habe 95. 95 bekommen? Ich habe gerade 95 gemacht. Digga, wow! Oh mein Gott! Bro, was ist denn da passiert? Ich bin mit dem Ball nicht hoch! Aber was ich auch lustig finde, ich bin im Normal-Mod noch nicht einmal zwischen 72 und 95 gestorben. Ich denke, wir haben uns schon wieder eine Stunde ins Land gezogen. Das ist unglaublich! Das ist unglaublich! Ausatmen mit damit, wenn denegend権 macht. Ich habe auch nicht beide gefunden! ань dazu aus. Ich bin mit dem Ball schon ab. Und das muss ich mich lovingánieren, wenn ich hilfunkirte, dass. E स Xiaoves już schon mal Spaß habe. Ist drum an, was heute leicht? Du bist noch ein gutes joyfules Einator. SCHÖRK? ja da ist es es ist geschafft verdammt ja oh mein gott so da zählen wir beide attempts zusammen 9.486 plus 5.006 14.492 attempts unter 15.000 es ist geschafft black blizzard ist gebetet wir haben es durchgezogen 8 stunden hat es gedauert Tag 9 es ist soweit ich habe jetzt offiziell black gris ich bin sehr froh dass es geschafft ist was da in mir gerade für ein Gefühlschaos los war ich habe eigentlich schon wieder keine Motivation ohne irgendwas zu machen weil einfach dieses Level so scheiße los das es ist es 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 es